Es war einmal der Dativ. Im Mittelhochdeutschen hatte er bei den starken Maskuliner und Neutra im Singular noch ein E. Er verabscheute es, er wollte es ablegen, eine sogenannte Apokope durchführen. Doch es wurde ihm nicht gewährt. Neidisch schaute er auf seine Kameraden, den Nominativ und den Akkusativ, welche frei von jeglichem E waren. Genau dies allerdings war sein Charakteristikum, damit konnte er von den anderen unterschieden werden. Doch der Dativ wollte, flapsig ausgedrückt, charakterlos sein. Er quengelte und quengelte, berief sich darauf, dass es ja noch den Artikel zur Unterscheidung von den anderen gab. Bis schließlich eines Tages das Frühneuhochdeutsche nachgab und ihm die Tilgung gewährte. So kam es im Laufe der Zeit zu einer sogenannten Kasusnivellierung, heißt also, der Dativ war formal nicht mehr direkt vom Nominativ und vom Akkusativ unterscheidbar. Das E-Flexiv war bei den Substantiven fortan nur noch auf den Plural beschränkt. Doch Moment, das stimmt nicht ganz. In einigen festen Wendungen, so wurde es beschlossen, sollte das Dativ-Ehe noch weiterhin vorkommen. Und so treibt es noch heute sein Unwesen. Und wird es nicht zur Grabe getragen, so tritt es auch noch morgen zutage. Und so treibt es noch heute.